Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Silden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind appariert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Verschütze! Das hier ist Wagen! Sie wollen Befehl durch das Leid zu! Oh mein Gott, ist das einfach gelungen! Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, solange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen! Nie das terroristige Streude über Feiglingen! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Bist das Feiglinge! Verreißer, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißt des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie jahre auf Militärken in mir in Zucker gebracht haben, wurden zu lernen, wie man Messer Grabe hält! Jahrelang hat das Militärmerlehrt so in Loppe higgelt! Es hat mich gegen nur als Wettkicken... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich habe der Kult daran getan! Um jahre an Offizieren, die gestehen zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, den Verrauber erobert. Verräter! Von allem, als ich ahne, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat gelübt der deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne! Beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich, der Wald ist! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und jetzt lassen Sie... Ich habe immer noch nicht mehr! das war doch Products! Ich habe auch sehr, sehr viele Kugel, das war es so richtig gut! Und ich bin ich! Ich habe ja noch keine Wollte,